moin und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren folge lspd auf hier auf meinem channel heute mit einem gmc pick up unterwegs in der country gegend ich finde der wagen der hat was auf jeden fall aber ich finde jede streife damit ist nicht so cool mal gucken vielleicht wollen wir jetzt gleich mal einen einsatz dann haben wir auch gleich was zu tun die machen bestimmt nichts das kann ich doch mal eine allgemeine verkehrskontrolle machen ich baue ein paar rechts ran so so weit sagen wir mal alles gut ich überprüfe mal schnell sie alles gut wir prüfen ob das fahrzeug hier gehört request vehicle check ja gut dann kann es weiter laufen oh mein es liegt übereinander stop the pad warum vielleicht sagt das hier noch mal was anderes das kann sie mal das fahrt nein bleiben sie hier so perfekt irgendwie das muss ich noch mal per taxi weiterlaufen und den wagen hier sechs kilometer das ist weit da fahr ich mal hin gleich sind wir da ich hoffe ich schieße sich nicht so gut das wollte ich nicht aber der gang ist jetzt mal wichtiger ok ich habe meine schlafen kann ich auch mal meine glock ja die wollen glaube ich nicht mit sich reden lassen habe ich hier irgendwas anders natürlich nicht wir müssen vorrücken irgendwie weil sonst kommen wir ja nie fertig da alle dahinter ist aber nicht so schlau wenn ich da jetzt hingehe ich glaube ich gehe mal wieder nach innen ah ah oh gott das war knapp da müssen wir eigentlich jemand reinschicken ich hole mal versteckung äh ne das war das falsche was das war's ernsthaft ja dann los ems we have medical aid requested and davis wir müssen die ganze waffen von den einsammeln damit die nicht damit wenn sie aufwachen noch was machen können ok und dann durch so richtig mal search the body und auch mal den körper durchsuchen werden und auch mal den körper durchsuchen werden ok das wort ist jetzt erst da ist ja richtig früh da ja 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 wir fahren auch noch schnell in der zeit sollten wir den dann auch wieder hochgeholt haben und dann auch noch schnell in der zeit sollten wir den dann auch wieder hochgeholt haben machen wir schön mit der glock haben wir sie ja regnet natürlich jetzt richtig schön und raub da müssen wir da müssen wir dafür bin ich da dafür bin ich da für einen raub 800 meter ist ja nebenan kollege fahr weg weg was seid ihr für welche was passiert hier in traffic seid ihr für leute ok aber sie verlassen es zu fuß bis jetzt warte ja ich hatte sie gleich rufen sollen hätte ich gleich rufen sollen da sind sie fahr weg mit dem pfk herr kann der helikopter es nicht mehr sehen hat doch der helikopter kann es doch sehr gut wollen wir nicht verlieren da habt ihr euch ein gutes auto ausgesucht zum flüchten das war knapp kollege versuch zu finden oder die kollegen versuch was auch immer die kollegen gerade bei k a gott das geht immer schief modell dank der rechts ranfahren das war nur einer aus dem fahrzeug raus aus dem fahrzeug aus der stelle dort der kollege steht dann weg als rand auf dem boden ganz langsam keiner von uns falsche bewegung ist festgenommen laden einmal die iris-personarien überprüfen dann habe ich mal transporte versäumt aus meines renos und hier zuerst noch das fahrzeug durchsäumt hier auf einmal gut also da ist alles klar dann ist der af truck hiermit auch was machen wir da und gleich schon das nächste mit der gang natürlich wieder in der grove street a ich glaube ich schiebe ich noch mehr um die rolle als gerade eben und 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 ja die kollegen kommen auch wieder rechtzeitig fassen wir mal gleich drüber fahren nicht durchsiftet wenn ihr das nicht macht ich mache den traffic vor ein bisschen langsamer bevor die Kollegen umfahren eine gesuchte person aber das ist glaube ich nicht hier in der nähe also messern taschenmesser hier habe ich auch mal schon eingesammelt warum ist hier eigentlich der sheriff bitte in der city also ich bin ja auch hier in der city aber ich meine die npc warum sind die hier eine handwaffe perfekt hier haben wir am ende alle waffen gehabt nicht tatsächlich gerade mal nicht und eine packung von aus mev das ist nicht so einfach mehr mal überprüfen wer das ist ich kann gleich schon mal hier einen abholer holen ah dann nimmt er den gleich mit ein 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 Das ist ein verdammten Todesdruck! Ist das eine Starry? Ja so, ab zum nächsten Laden rauf. Was, elf Kilometer? Ja ne, da guck ich nicht hin, dann ist er schon fertig. Brauch ich gar nicht das anfangen. Ich habe mich jetzt drei Corona angefordert. Für vier Leute, perfekt. Egal. Ach, zu viele können ja eh nicht schaden. Kriege ich den ganzen Hauber reingeschärkt? Kriege ich den tatsächlich schon? Schaut bei Riffle. 187 war nicht der Luggen, nein. Kau die Fischer. Perfekt, die sind aber noch auf den Kasten. Da kommen vor nur noch Fischer. Und was soll man die jetzt machen? Perfekt, und die nehmen gleich alle noch einen mit. Perfekt. Hab ich das gewusst? Ähm, hallo, was macht ihr? Was seid ihr für Leute bitte? Was? Ja, Bus, das ist was für mich. Bus ist für mich, das ist aber eindeutig für mich. Ja, da sind wir noch schnell Clear Traffic Control. Da habe ich noch schnell Clear Traffic Control. die blitze sehen auch sehr schön aus er ist halt nicht tatsächlich nicht wirklich schnell der der hier wo das taxi ja es bricht mir fast die augen meine augen welchen die kinder oh oh hier komme ich doch überhaupt gar nicht mehr her und daher ok der fährt halt gefühlt nicht mehr 140 150 irgendwie so fährt er das ist halt ein suv oder eher gesagt sogar noch ein pick-up riech 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 christ ich bin ja klar darf ich jetzt Ja, dann versuche ich mal zu finden. Und natürlich nicht mein eigenes Auto zu stören. Warum auch mal ich jetzt die Waffe draußen hatte? Und da auf dem Boden. Der Kollege kommt mal wieder richtig früh, ne, mit der Frontweg. Wie heißt der? Das Fahrzeug? Ja, der ist schon. Ich kann es nicht sehen, weil da das ganze Zeug steht. Stillen im Merchandise, wie heikel. Nee, nicht noch mehr Aufträge. Jetzt kann man sich schon gar nicht mehr vor Aufträgen retten. Ähm, wo ging das? Dann rufe ich dem Transport. Dann rufe ich den Transport. Und für ihn, dick wie hier. Ich kriege ihn weg. Ich kriege ihn doch gar nicht weg. So viel zu groß. Hallo. Stehen im Weg. Lol. Achso. Passt ja, wenn der Kollege hier sowieso hier stehen bleiben muss. Meinetwegen. Und dann ja, würde ich sagen. Das war doch mal erfolgreicher Tag. Zwei Ladenräume verhindert. Na gut, nicht. Einen hab ich sausen lassen, aber... gestöhnen Bus wieder und und und. Also... Perfekt. Wenn euch das gefallen hat, auf jeden Fall Like und Abo nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Und ciao.